Wir sind was Zynisches. Zynisches Wurst im eigenen Darm. Oh mein Gott. Der Double Intendra. Der Double Intendra. Der Double Intendra. Okay, 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 okay. Ich bin sicher, dass ihr euch denkt. Yo Shady, wo sind die Satire? Wo sind sie? Wo sind sie, Leute? Sie sind zurück. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Und ich bin sicher. Wir sind zurück mit Hagen Reeder. Über die Wahrheit. Hagen Reeder. Ich liebe Hagen Reeder. Also wenn ich nicht zu viel, schauen wir es. Aber bevor wir beginnen, smash like, subscribe. Dieser Mann, Hagen Reeder. Er ist ein Drama King. Er ist ein Drama King. Er ist ein Drama King. Er ist einfach. Er ist einfach so, wie es ist einfach so. Er ist einfach so, er ist einfach so. Er ist einfach so, es ist einfach so. Er ist einfach so. Er ist einfach so, dass ihr ein Liefst. Abonnieren und weg. Ich werde auch so. Na ja, ich habe abonniert. Lass uns das machen. Für Sie! Für Sie! Für Sie! Für Sie! Okay, Hayden. Okay, Hayden. Ich habe dir gesagt, du bist ein Dramatiker. Die Leute hervorrufen. Geh bereit. Ich werde Bomben fallen. Zynisch. Ach. Reiß runterladen ist nicht zynisch. Zynisch sind ganz andere Sachen. Wissen Sie was Zynisches? Zynisches Wurst im eigenen Darm. Oh mein Gott. Der Doppel-Intendra ist da. Der Doppel-Intendra ist da. Yo! Eine Sausage auf Ihres Intestins. Okay, wir gehen weiter. In der Metzgerei können Sie was lernen über Zynismus. Da hängt der Zynismus meterweise gekühlt rum. Die Sau künstlich befruchten, die Ferkel mästen, schlachten, malen, zurückstopfen in ihren eigenen Darm und dann Gesichtsmortadella. Hm. Hm. Okay. Speaking facts. Facts. Das ist zynisch. Boah, der Kevin isst mir kein Fleisch, aber Bärchenwurst mag der. Das ist zynisch! Gammelfleisch-Skandale. Wunderbar, das geschieht uns so recht, oder? Mindestens einmal im Jahr haben wir jetzt obligat Gammelfleisch-Skandale. Ist das wunderbar? Einmal im Monat, höre ich hier gerade, ja. Ich glaube aktuell, just heute, ist doch hier dieser Prozess von dem sogenannten Döner-König in Berlin. Ja, herrlich! Und Sie sagen, es sind nur 10% gefunden worden, die übrigen 90% sind längst an uns verfüttert. Geschieht uns das recht. Das haben wir uns verdient, weil wir schon morgens dieses Zeug mümmeln. Wo steht das denn geschrieben, dass wir hier flächendeckend mit Leberwurst versorgt sein müssen. Hä? Gibt's irgendwo ein Menschenrecht auf Leberwurstbrot? An jeder dämlichen Autobahnraststätte dieser Republik gibt's Holzfäller-Steaks. Wieso gibt's da Holzfäller? Gibt's da große Gruppen von kräftigen jungen Männern, die seit Wochen schwer im Wald arbeiten und nix gegessen haben? Ja, denn die Lumberjacks sind es die Leute, die, du, du, siehst, kräftigen die Töne und so, du, siehst du, sie kräftigen die Töne, sie schnaufen sie, sie kräftigen und nach dem Tag. Also wenn sie zu essen essen, sie bekommen sie wie viele Lumberjack-Steaks, wie große Steaks, wie sie sie viel essen essen. Aber, er fragt sich, wo sind die Lumberjack-Steaks, die du Lumberjack-Steaks verkauft? Da halten übergewichtige Diabetiker mit Bluthochdruck an und schlabbern sich diesen Separatorendreck rein, bis sie platzen. Und sie platzen alle. Iiii, es gibt die Lumberjack-Steaks. Macht nur kaputte Gelenke und ne weiche Birne und schlaffes Gesicht. Wer braucht das schon? Haben Sie mal so'n Tiertransport gesehen? Da isst man doch kein Mettbrötchen mehr hinterher. So viel Senf kannst du da gar nicht drauf tanken. Da hat die Fleischindustrie ganze Arbeit geleistet die letzten Jahrzehnte. Die suggerieren uns den größten Mist, das geht auf keine Kuhhaut. Ekelhaft. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja, aber für wen? Gib dem Jungen Fleisch. Warum? Er ist gesund. Das ist gut. Er sagt, die Fleischindustrie gut gearbeitet. Neulich habe ich eine Reportage gesehen über den größten Schlachthof Europas in Reda-Wiedenbrück. Das ist bei uns in Westfalen unten. Wie viele Schweine da jeden Tag hingerichtet werden. Schätzen Sie mal. 20.000. 20.000. 20.000. Die Schweine pro Tag. Wow. Sie müssen Millionen und Millionen Menschen haben. Nur in Reda Wiedenbrück. Nur in Reda Wiedenbrück. Nur in Reda Wiedenbrück. Nur Schweine. Nur in Reda Wiedenbrück. Nur in Reda Wiedenbrück. Wenn er es so sagt, macht es einfach gross. Ja, das fühlt sich so gross. Ja, das fühlt sich so gross. Das fühlt sich so gross, Mann. Da haben die ganze Arbeit geleistet. Wunderbar, das sitzt. Wir brauchen das. Unbedingt. Wir glauben immer noch, wir sind in den 60er Jahren. Wer weiß, ob es morgen noch was gibt. Lass uns schnell noch eine Wurst essen. Was? Grillen ist Hobby. Grillen. Ist Hobby. Es gibt Fernsehwerbung für Grills, die man kaufen kann. Für Grills. Wieso gibt es Fernsehwerbung für Grills? Grills kannst du an jeder Tankstelle kaufen. Du fällst über die scheiß Grills überall. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß, dass er versucht, die Leute lieben. Aber ich weiß nicht. Ich liebe die Barbequen. Die Barbequen sind schrecklich. Wenn ihr die Video schauen, wo ich das große, das große Grills in Indonesia. Das große Grills in Deutschland. Oh mein Gott. Das schrecklich ist schrecklich. Ja. Ah. Meine Mischung ist gerade jetzt. Ohlala. Tasty. Ich meine. Ja. Aber trotzdem, Bro. Diese Grills sind fantastisch. Es gibt doch keine Kloschlüsselwerbung im Fernsehen. Oder Türklinkenwerbung. Gibt's überall. In jedem Baumarkt. Grills. Da stehen dann traurige schwitzende Männer vor. Schmeißen sich pfundweise diese tote Proteine auf die Kohlen. Anschließend furzen sie tagelang wie die Klinklose. Verstehst du? Diese Fleischindustrie macht uns zu Barbaren. Ich spitze. Es ist furchtbar. Es ist eklig. Die Fleischindustrie macht uns zu Barbaren. Unsere Kinder werden immer fetter und wir haben Gammelfleisch-Skandale. Das Gammelfleisch liegt bei uns zu Hause auf dem Sofa rum. Aber so, ey. Aber ekelhaft. Bäh. Ich hatte Beef mit mir. Beef. Ich hatte speziell Beef mit mir. Ich hatte ein Schiss mit mir. Es läuft ein Schiss. Ich habe ein Schiss mit mir. Ich habe ein Schiss mit mir. Ich werde eins mit mir. Ich werde sie Excepteln. Sie sind gut zu empfornig. Ich finde alle, die das ist wahr. Wenn ich mich nicht zu machen, entache, dass ich mich nur etwas zu tun, dann hätte ich es so. Ich habe gehört, die Leute zu sprechen, wie sie sie behandelt haben. Ich glaube, ich unterstütze die Tiere zu behandeln. Die Tiere zu behandeln. Die Tiere zu behandeln. Ich weiß nicht. Die Tiere nicht zu behandeln. Die Tiere sollen zu behandeln. Aber trotzdem. Ich denke, ich kann mich nicht zu essen essen. Ich kann mich nicht zu essen 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 essen. Ich denke, ich kann mich nicht zu essen 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 essen. Ich denke, das ist sehr gut. Aber trotzdem, ich kann mich zu hören. Ich kann mich zu hören. Ich kann mich zu hören. Für diejenigen, die nicht mag ich. Wenn du mich mag, ich zu hören. Ich kann mich zu unterbrechen. Was man machte, macht ihn mit unterbrechen. Ich weiß, das ist das. Aber 145.000 penge. Sie können die Tiere zu behandeln. Sie können die Tiere zu behandeln. Sie können die andere Tiere zu behandeln. Sie können die Tiere zu behandeln. Sie können die nicht davon Yoda zu sich verантeln. Das ist verrückt. Warum auch nicht. Okay, wir sind hier einmal nach dem有 drones. Diese� gost copieren. Und wo steht unser Video. Ich hoffe, ihr auf які